Vor nunmehr fast zwei Jahren war ich selber mal bei einem Gesundheitsseminar und habe auf dem Gesundheitsseminar festgestellt, dass das eigentlich genau das Richtige für meine Mitarbeiter wäre. Was wir intern geschafft haben ist, dass wir über die Gesundheit unserer Mitarbeiter sprechen, uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter kümmern und gleichzeitig die Mitarbeiter auch selber über ihre eigene Gesundheit mehr nachdenken. Wir wollen unseren Mitarbeitern eine leicht handhabbare Möglichkeit geben, selbst etwas dafür zu tun, dass sie gesünder sind, dass sie sich besser fühlen. Ein gutes BGM ist inzwischen auch ein Wettbewerbsfaktor, um neue Mitarbeiter zu generieren. Durch die Einführung des BGMs haben wir bei uns Mitarbeiter, die wirklich sehr sehr stark an ihrer eigenen Gesundheit gearbeitet haben. In der heutigen Zeit halte ich es für essentiell, dass man sich als Unternehmen mit dem Thema Gesundheit der Mitarbeiter und auch der Gesundheit am Arbeitsplatz und Gesundheit am Arbeitsleben beschäftigt. Das betriebliche Gesundheitsmanagement von Thomas Sportcenter kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Nicht nur die Mitarbeiter selber haben etwas davon, sondern auch die Stadtreinigung als sozial engagierter Arbeitgeber hat positive Effekte. Und deswegen ist eine Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Netzmanagementsystems zwingend erforderlich.